Wir sehen rot, denn mit der Vuelta a España steht die dritte große Landesrundfahrt für dieses Jahr auf dem Programm. Ja und damit auch das erste Teamzeitfahren bei einer Dreiwöchigen finde ich sehr geil. Ab kommenden Freitag sind die Jungs über 21 Etappen in der sengenden Hitze Spaniens und den Niederlanden unterwegs. Und in Madrid werden wir dann wissen, wer das rote Trikot mit nach Hause genommen hat. Um die Vorfreude noch ein bisschen zu steigern, sprechen wir über die Wertungstrikots, Favoriten, Streckenverlauf und über die Feinheiten, über das von dir angesprochene Teamzeitfahren. Ich habe Bock, außerdem sprechen wir natürlich noch über das Wechselkarussell, darüber, dass die Radwege gesetzlos geworden sind, über eure Fotos in der DCN Inspiration und natürlich über die Europameisterschaften in München. Richi, ich habe natürlich am Sonntag die Europameisterschaften des Straßenrenns in München geschaut, weil ich die Schrecke ja auch im Vorfeld abgefahren bin. Und ich muss sagen, also die Aufnahmen, die wir mit der Drohne gemacht haben, die habe ich dann auch im Fernsehen vom Helikopter gesehen. Ja, mir war das Ganze ja nicht live vergönnt, aber dafür zweimal in digitaler Form und es war zweimal wunderschön. Nicht ganz so wunderschön, muss ich sagen, fand ich den Rennverlauf. Ich fand es ein bisschen langweilig, auch wenn Zyvern.de und Lukas Pösslberger vorne für ordentlich Stimmung gesorgt haben. Die haben da echt Spaß gehabt, haben da immer wieder das Publikum animiert und ihre Spiräntien gemacht. Verfahren haben sie sich auch. Verfahren haben sie sich auch einmal zwischendurch. Ja, wie fandst du das Rennen? Ja, ich fand es ein bisschen traurig, dass wir mit Pascal Ackermann, ja dann 45 Kilometer vorm Ziel, die deutsche Hoffnung auf eine Medaille oder das Europameister-Trikot verloren haben. Aber wir haben ja ein paar viele andere Europameister aus deutscher Sicht, die wir nachher in den Race News besprechen werden. Aber weil ich ihn auch richtig krass fand, oder beziehungsweise was machst du, um dich auf so ein Europameisterschaft-Rennen auf der Bahn vorzubereiten? Was würdest du machen? Ja, also um abends Bahn zu fahren, würde ich vormittags auf jeden Fall 200 Kilometer Straßenrennen fahren. Ja, das hat der Italiener Elia Viviani auch gemacht. Der ist kurzerhand siebter im Straßenrennen geworden und abends dann noch das Ausscheidungsfahren gefahren. Der hat dann einen Europameister-Titel gewonnen vor Theo Reinhardt, aber finde ich schon krass. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Da war auf jeden Fall der Motor an, kann man sagen. Ansonsten haben wir noch Neuigkeiten vom Twitch-Streamer David Gadü, der Fahrer von FDG. Der ist ja Vierter bei der diesjährigen Tour de France geworden. Und hat dann, manchmal streamt er so auf Twitch und hat dann so einen 3-Stunden-Livestream gemacht, wo er so Insights von der Tour de France verraten hat. Alles auf Französisch, aber ich habe da nochmal mein altes Schulbuch rausgeholt, habe das übersetzt. Und habe mitbekommen, dass er in einer Passage sagt, dass wohl Peter Sagan im Rennen zu Wingergau hingefahren ist. Und dem gesagt hat, ja, Pogacar hat sowieso keine, um dich zu attackieren. Das wurde dann Pogacar über den Buschfunk der Tour de France zugetragen. Und am nächsten Tag ist dann diese komplett random Attacke am Anfang der Etappe da im Flachen entstanden. Also wohl einfach nur aus Gossip-Gründen. Ja, nicht schlecht. Also hat auf jeden Fall das Rennen animiert. Und der Pogacar, der ist schon ein guter Rennfahrer. Der ist ein krasser Rennfahrer auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Neuigkeiten vom Wechselkarussell. Felix Großschadner, der Österreicher, der wechselt von Bora Hansgrohe zum Team URE. Ganz genauso wie Tim Wellens. Überraschender Wechsel, fand ich. Ansonsten kommt Bob Jungels, der Luxemburger, zu Bora Hansgrohe. Das ist, denke ich, eine sehr gute Verpflichtung. Und bevor du dann noch so ein ganz besonderes Angebot hast, noch ganz kurz die Erinnerung. Die Swift Academy, die findet jetzt wieder statt. Euer Weg in den Profi-Radsport. Ab dem 15. August könnt ihr euch einschreiben und dann eben über die verschiedenen Rennformate der Swift Academy es bis zu den Profis schaffen und damit eben vielleicht Fahrer wie zum Beispiel Jay Vine von Alpacin Fenix beerben. Das gilt übrigens für Männer und Frauen, was genauso auch gilt für unser weiteres Angebot. Und zwar, wenn ihr nicht so sportlich seid, aber trotzdem mit Kameras und Technik gerne umgeht, dann könnt ihr... Das Sporting wird trotzdem sportlich sein. Das war die kleine Stimme aus dem Off. Ja, ihr könnt gerne sportlich sein. Es hilft sogar manchmal, weil wer gut Rad fahren kann, der ist auf jeden Fall auch mit der Kamera ausdauernder. Ja, denn wir bieten den Job an, als Creator mit uns zu arbeiten. Und ja, wir suchen Verstärkung und würden uns über viele Bewerbungen freuen. Vielleicht auch über diesen Weg. Erreicht euch unser Angebot und wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Richtig. Meldet euch. Wir suchen händeringend und so schlimm sind wir gar nicht. Die Vuelta, die wird in diesem Jahr vom Start weg direkt spannend sein. Es startet nicht etwa mit einem Prolog wie bei der Tour de France, sondern es fängt an mit einem Mannschaftszeitfahren. Und das ist was ganz Besonderes im Radsport. Ja, über 23 Kilometer geht es in der Stadt Utrecht los. Und da fahren einfach alle Teams gegeneinander, oder die Teams gegeneinander zusammen mit acht Mann starten die dort. Und die schnellste Mannschaft hat dann eigentlich am ersten Tag oder am zweiten Tag dann alle Wertungstrikots. Richtig. Das ist immer eine ziemlich coole Sache, auch weil die Teams entscheiden können, welchen Fahrer sie als erstes über den Zielstrich schicken. Und das sind dann häufig auch Fahrer, von denen man jetzt im Normalfall gar nicht so denken würde, dass die das Führungstrikot bei einer Rundfahrt tragen. Da gab es schon einige, ja in Anführungszeichen, lustige Gesamtklassementführende. Für die Fahrer ist das Ganze auch immer ziemlich stressig, weil man sich eben einfach viel Druck macht, dass man seine Mannschaft nicht im Stich lassen will. Ich hatte da früher immer richtig die Hosen voll, muss ich sagen. Ja, also ich bin immer Teamzeitfahren ganz gerne gefahren. Bei uns war das immer in Gentin. Bist du ja bestimmt auch schon mal gefahren. Zweimal Zweiter, Deutsche Meisterschaft. Zweimal Vizemeister, nicht schlecht. Ja, für mich war es immer so eine Sache, die hat man einfach in jungen Jahren gelernt, am Hinterrad fahren, rauszuwechseln, möglichst dicht am Teamkollegen sich zurückfallen zu lassen und dann halt immer noch was überzulassen, damit man wieder hinten reinfahren kann. Es gibt auch richtig Teams, so BMC und GreenEdge, die waren immer richtig spezialisiert auf diese Disziplin. Ich glaube, Marco Pinotti, der Italiener, der war auch immer so ein Denker und Neudenker, wie man noch schneller fahren kann. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also es werden dann zum Teil auch Fahrer komplett aufgebraucht, weil die einfach, ja, immer wenn du rauswechselst, das ist ja wieder bei der Bahn, Mannschaftsverfolgung, da verlierst du ja eine Radlänge. Und wenn du jemanden länger von vorne fahren lässt, der sich dann voll aufraucht und dann abfällt, dann machst du halt ein paar Meter mehr gut. Ja, aus Mechanikersicht ist das auch mal richtig stressig. Ja, acht Zeitverräter zeitgleich fertig zu machen, acht Fahrer auf die Rolle zu setzen, denen ein Slush-Eis in die Hand zu drücken, Kühlweste, Ventilator, allem Pipapo, die Räder aufs Dach. Das ist auch für die Mechaniker immer richtig stressig und bei so einem Team ist man immer froh, wenn man Teamzeitfahren dann hinter sich hat. Richtig. Danach geht es über ein paar Flachetappen raus aus den Niederlanden und wieder zurück nach Spanien. Da bleibst du dann erstmal gewohnt hügelig bei der Vuelta, ein paar Chancen für die Ausreißer, ein paar Chancen schon für die Classement-Fahrer sich zu zeigen. Etappe 10 gibt es dann nochmal ein Zeitfahren, 30 Kilometer flach und danach wird dann weiter fleißig bergauf gefahren. Ganz besonders auf der 15. Etappe, da geht es nämlich rauf auf die Sierra Nevada mit 20 Kilometer Schlussanstieg und danach dann immer weiter bis nach Madrid und am Ende wird vermutlich der beste Kletterer gewinnen. Ja, ich habe mir den Kurs mal ein bisschen angeguckt. So richtig lange Bergankünfte haben wir jetzt nicht dabei. Das sind auch immer oft kürzere Anstiege, aber in Spanien... Ich glaube, da wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen vom Höhenprofil verwirren lassen haben. Die sehen tatsächlich im Profil sehr kurz aus. Wenn du dir sie ganz genau anguckst, ist das aber einfach so hügelig da, dass es in der Skalierung immer so wirkt, als ob es gar nicht so lang ist. Ist wirklich so. Musst du gleich nochmal gucken. Mache ich auf jeden Fall. Die Landschaft erinnert mich an die Portugal-Rundfahrt. Da war es eigentlich auch nie richtig flach. Da gehst du immer bergrauf und bergrunter und dann am Ende so einen ekelhaften Stich wieder hoch. Die Vuelta ist auch eigentlich so unter den Profis die entspannendste dreiwöchige Rundfahrt. Also da wird halt nicht auf Biegen und Brechen, weil wir bei der Tour wirklich zwei Stunden lang richtig hardcore Radrennen gefahren, sondern da wird halt mal schnell eine größere Gruppe auch mal fahren gelassen. Und wir sehen halt, was früher im Radsport noch gang und gäbe war, Ausreißergruppen, die dann mit 10, 15 Minuten Vorsprung vor den Favoriten ins Ziel kommen. Das werde ich auch wieder erwarten, denn die Sprinterliste ist auch nicht allzu voll. Aber aus deutscher Sicht haben wir da ganz gute Chancen auf dem Etappensieb, denke ich. Auf jeden Fall. Und das ist doch das Stichwort, mal so ein bisschen über die Teilnehmer der Spanien-Rundfahrt zu sprechen. Ich würde sagen, wir fangen an mit der deutschen Mannschaft, Bora Hans-Kroh, mit einem ziemlich starken Aufgebot. Der Giro-Sieger ist mit dabei, Jai Hindley. Ansonsten den Manuel Buchmann, der gesagt hat, er will auf Gesamtwertung fahren. Also die fahren den Winter mit Doppelspitze. Ansonsten Sam Bennett als richtig schneller Mann und als Edelhelfer Keldermann. Also das Team kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Keldermann auch noch einer fürs Gesamtklassement. Der wohl einen Rückzug oder der das Team wieder wechseln wird. Der geht weg von Bora. Also vielleicht seine letzte Vorstellung im Trikot der Raublinger Mannschaft. Jumbo Wismar kommt mit Primoz Roglic, der noch bei der Tour schlimm gestürzt war, dann aufgehen musste. Bringt dann auch den guten Kletterer Sepp Kuss mit. Und auch der Australier, der jetzt, glaube ich, die Commonwealth Games im Zeitfahren gewonnen hat, Rowan Dennis, der wird auch mit von der Partie sein. Kofidis bringt auch ihren Kletterer Mann. Guillaume Mateng, wie er auch gerne ausgesprochen wird. Der Philosoph, der wird am Start sein und für die Sprints wird es dann Brian Kokar richten. Und Ben O'Connor finde ich auch ziemlich interessant. Ja, Ben O'Connor, also Dessert, der ist ja bei der Dauphiné zum Beispiel auch stark gefahren. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Definitiv ein Kandidat für die Top 5. Ein Kandidaten fürs Podium oder sogar für den Gesamtsieg hat die Mannschaft die Neos mitgebracht. Die haben ein krasses Aufgebot. Eton Hather, der will wohl auf Etappen fahren, nachdem er jetzt die Polenrundfahrt im Gesamtklassemoor gewonnen hatte. Tau gegen Hart, Pavel Sivakov, der ja auch richtig stark im Moment unterwegs ist. Richard Carapaz, Dylan van Bale. Also diesen würde man auf jeden Fall auch fürs Teamzeitfahren im Auge behalten. Ich hätte mich noch richtig gefreut, wenn sie Egan Bernal irgendwie an den Start geschickt haben. Aber da wird ja vermutlich die Deutschland-Tour vor. Das wäre auch ein schönes Comeback. Und Movistar bringt natürlich auch die heimische spanische Mannschaft mit dem Telefonanbieter. Die bringen natürlich auch ihre heißesten Eisen ins Feuer. Und zwar Alejandro Valverde. Der wird ja auch seine Karriere dann, glaube ich, beenden. Und Enric Maas, auch ein starker Gesamtklassemoor-Fahrer. Letztes Jahr Zweiter. Letztes Jahr Zweiter. Der wird auf jeden Fall da vorne reinfahren. Und die Mannschaft Movistar immer top motiviert. Immer super Taktik. Aber die Teamwertung haben sie, glaube ich, im letzten Jahr gewonnen. Oder gewinnen sie eigentlich immer bei der Spanien Rundfahrt. Weil klettern können sie dann doch alle. Ja, Quickstep ist so durchwachsen aufgestellt. Natürlich mit dem Weltmeister, der ja auch schon in guter Comeback-Form war. Haben sie einen starken Fahrer am Start. Evinipoul, der wird auf jeden Fall auch für Aufregung sorgen. Und hoffentlich ebenfalls für ordentlich Furore sorgt Pascal Ackermann. Der fährt nämlich für das Team E. Neben Joao Almeida, der vermeintlich die Gesamtwertung attackieren wird. Brandon McNulty ist auch am Start. Also der starke Helfer, der schon bei der Tour richtig stark unterwegs war. Der wird auch noch seinen Start geben. Und Marc Soler, auch wenn der mal freie Fahrt bekommt, der hat sich ja da mal so tierisch aufgeregt bei der Movistar-Taktik damals. Bei Exchange bringt Simon Yates mit, dem Briten, der auch eine gute Vorstellung hatte. Aber damals bei der Klassiker San Sebastian dem Evenepoel an diesem steilen Anstieg nicht mehr folgen konnte. Ich bin echt gespannt, ob der Belgier nochmal versucht, vielleicht doch aufs Gesamtklassenmord zu fahren. Bei Rhein haben wir Gino Meda. Ja, fünfter letztes Jahr im Gesamtklassenmord, das hast du mir vor der Show noch erzählt. Der wird auf jeden Fall auch wieder richtig motiviert sein. Dann noch Mikel Lander dabei, auch ein Spanier, der immer gut klettern kann. Die haben generell ein starkes Team. Bei Rhein ist er auf jeden Fall gut aufgestellt. Astana sollten wir noch ganz kurz sagen, die letzte dreiwöchige von Vincenzo Nibali. Also zwei Altmeister, die verlassen gleich die Bühne. Ja, und ansonsten haben wir viele Teams, die eben auf Etappensiege fahren werden. Die kleineren Teams, wie zum Beispiel Euskertel oder Burgos. Altbezin kommt noch mit Timmerier. Die haben auf jeden Fall einen schnellen Sprinter am Start. Und dann lass uns ganz kurz über die Dachfahrer reden, die am Start stehen. Die habe ich mir einmal notiert. Das ist einmal Sebastian Reichenbach für das Team FDG. Dann Pernsteiner und Meda für das Team Bahrain. Für DSM, noch nicht ganz bestätigt, Stork, Dens und Arndt. Für das Team UAE, Pascal Ackermann. Und dann haben wir für Bora aktuell Jonas Koch und den Manuel Buchmann aus deutscher Sicht am Start. Toni Palzer fährt dieses Jahr keine dreiwöchige Rundfahrt? Ich weiß es nicht. Nicht am Startangebot. Wir müssen generell sagen, alle Angaben ohne Gewehr. Da gibt es manchmal noch so Last-Minute-Änderungen. Corona gibt es immer noch. Genau. Also da könnte was ändern. Dann würde ich sagen, haben wir so die Startliste ganz gut abgehakt. Und jetzt müssen wir die Startliste noch mit irgendwelchen Wertungstrikots füllen. Und ja, das wichtigste Trikot ist in der Farbe Rot bei der Vuelta. Das ist das Führungstrikot. Dann gibt es natürlich auch noch ein Bergtrikot. Das ist weiß mit blauen Punkten. Ein Sprint-Trikot. Hat auch die grüne Farbe. Richtig. Und ein Nachwuchstrikot haben wir auch. Richtig. Das ist auch in der weißen Farbe. Also ein bisschen ähnlich wie bei den anderen Rundfahrten. Nur das rote und das gepunktete Trikot fürs Bergtrikot sieht ein bisschen anders aus. Die ganze Rundfahrt wird ja von der ASO organisiert. Also ja, man wird so ein bisschen von der Tour de France erinnert werden. Ja, Favoriten für die Trikots? Favoriten für die Trikots. Also erstmal möchte ich beim Bergtrikot sagen, ganz ehrlich, das sparen wir uns. Weil da den Träger vorher zu sagen, ist halt einfach immer super schwierig. Weil da weiß man nie, wie da jetzt irgendwie der Rennverlauf ist. Vermutlich einer der Gesamt-Klassement-Fahrer. Welcher? Keine Ahnung. Teamwertung gibt es einige. Ineos, Jumbo, Astana ist auch immer gut aufgestellt. Elbora, Movistar, Bahrain. Das sind so die Teams, die das wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Also die Fahrer, die eben halt auf jeden Fall drei starke Bergfahrer am Start haben. Sprint-Trikot. Nairo Quintana. Nairo Quintana, sagst du. Ich sage Pascal Ackermann. Einfach aus persönlicher Verbundenheit mit Timmerier. Auf jeden Fall einen starken Konkurrenten. Und auch Sam Bennett. Wenn der schnell unterwegs ist, dann wird es schwierig, den ihren zu schlagen. Ja, dann fehlt noch das Nachwuchstrikot und das rote Trikot. Fürs Nachwuchstrikot fällt mir bei den ganzen alten Recken gar nicht so schlecht. Geno Meda ist der noch immer. Der hat es im letzten Jahr gewonnen. Also dem würde ich das auch zutrauen. Ich glaube, er ist auf jeden Fall noch in der Wertung mit dabei. Und dann kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Der Vorhersage. Tobi, mach dir schon mal Gedanken. Ich schieße jetzt einfach mal los. Ich sage, das ganze Ding gewinnt. Richard Carapaz vor Hindley. Das heißt, wir haben den Giro einmal umgedreht. Und auf Rang 3 kommt Sam Bennett ins Stil. Ich sage, Primoz Roglic vor Sivakov. Ich sage mal Sivakov. Und Buchmann auf 3. Sehr interessante Vorhersage. Ich bin gespannt, wer am Ende recht behalten wird. Wir haben bis jetzt noch keine einzige Rundfahrt richtig getippt. Dieses Jahr müssen wir zu unserer Schande gestehen. Aber wir waren immer nah dran. Diesmal funktioniert es. Ja, und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr meint, wer bei der Vuelta ganz vorne fahren wird. Oder wer die Rundfahrt vielleicht auch nur als Vorbereitung wieder für die Weltmeisterschaft nutzt, wird ja auch gerne genutzt. Ja, interagiert gerne in den Kommentaren, was ihr von der Strecke haltet, von der Startliste und ob ihr euch die Vuelta anschaut. Und damit war es das für diese Woche. In den Tech News gibt es heute Neuigkeiten von unserem Partner MugOff. Die haben das Loops 2.0 auf den Markt gebracht. Also eine Weiterentwicklung ihrer überdimensionierten Pulli-Wheels. Also der Schaltröllchen hinten am Schaltwerk. Die sollen sehr, sehr schnell sein, da sie die Reibung eben reduzieren. Aber nur mit einer Elffachkette. Ja, dabei haben sie signifikante Unterschiede zwischen ihrem Elffach- und neu entwickelten Zwölffachsystem feststellen können. Und das Elffachsystem war einfach viel schneller, dass sie sich jetzt einfach darauf konzentriert haben und sagen, das ist das Schnellste, was wir so anbieten können. Ja, MugOff macht ja auch Reinigungsprodukte oder spezielles Kettenöl. Interessant, dass sie jetzt auch quasi in die Mechanik vom Antrieb in die Entwicklung reingehen. Das Ganze wurde, glaube ich, im Vorfeld mit Brian Victorious mal entwickelt für Mikel Lander, für eine Abschlusszeitfahren, dass er da wirklich jedes Quäntchen Watt spart. Auf jeden Fall, wenn ihr Fans von überdimensionalen Schaltungsröllchen seid und ein neues Gadget am Rad braucht, dann unbedingt mal auschecken. Und wir haben auch noch von unserem Partner Colinago was mitgebracht. Ja, richtig. Da war ja jetzt am Wochenende wieder das große Gravel-Event. Und Nathan Peter Haas, der wird ja von Conago gesponsert. Und der ist da wieder mit einer Speziallackierung unterwegs gewesen. Und das Rad in diesem Pinkton, schönes Teil. Ja, und dann mit der hier Campagnolo Eka, ein Traum. Auch in dieser Woche gab es wieder schöne Fotos von den Zuschauern und Zuschauerinnen. Die haben die uns geschickt. Und ja, wie ihr die hochladen könnt, das gibt es ab jetzt in der Videobeschreibung. Und da müssen wir das nicht jede Woche neu erklären. Da sind wir auch scheinbar nicht so gut drin. Also einfach durchlesen in der Videobeschreibung. Und dann in der nächsten Woche vielleicht etwas gewinnen. Ganz genauso wie Len Peters. Und den stellst du in dieser Woche vor, Tobi, gell? Ja, der gute Len, der hat eine Bikepacking-Tour mit einem Kumpel gemacht. An die niederländische Küste. Hat unterwegs auch mal auf einem Hausboot gepennt. Dabei ist dann das Foto hier entstanden, was ich ziemlich schick fand. Und ja, über 223 Kilometer ist er dann von Münsterland Richtung Almere gefahren. Und ja, danach wieder zurück in die Heimat auch mit dem Rad. Und ja, für so ein Outdoor-Event, da braucht man ja irgendwie eine Tasse. Und die bekommst du jetzt von GCN. Und zwar die GCN Outdoor-Tasse. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wir machen weiter mit Platz 2. Der wurde gewonnen vom Sören. Der hat einfach ein wunderschönes Feierabend-Bild gemacht. Klassischer Sundowner, der funktioniert immer im schönen Bayern. Da waren wir ja auch unterwegs. Und dafür gibt es einmal die Stainless-Steel-Thermos-Flasche von GCN. Glückwunsch dazu. Und dann machen wir weiter mit Platz 1, oder? Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Michael Käser, der ist wohl fleißig am Hochladen. Der hat ein Ultra-Fondo gemacht. 240 Kilometer hat er sich gegönnt. Und dann hat er quasi auch ein Everest-Ding gemacht. Ja, aber er hat es nicht beendet. Er hat es nicht beendet. Aber deswegen habe ich mir gedacht, wir überraschen ihn mit Platz 1. Einfach damit er wenigstens irgendwas mit nach Hause nimmt, oder? Er hat dann aufgegeben bei 200 Kilometern und 6300 Höhenmeter. Und dafür kriegt er aber von uns dann als Entschädigung einmal unser grünes T-Shirt und den grauen Hoodie. Und da sagen wir beide trotzdem Respekt und herzlichen Glückwunsch. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Es wird ein Gang nach oben geschaltet hier beim ZTGCN. Und zwar bringen wir euch die Ergebnisse vom Bahnradsport bei den Europameistern. in München. Und da waren wir ziemlich erfolgreich. Vor allem die Damen mit nur einem Gang. Ja, genau. Die haben nämlich Gold im Teamsprint geholt auf der Bahn. Aber auch die Mädels in der Mannschaftsverfolgung. Unsere Olympiasiegerinnen und Mannschaft des Jahres 2021 haben erneut zugeschlagen. Lisa Klein, Franziska Brause, dann natürlich Mieke Kröger und Lisa Brennauer, die nach den Spielen auf dem richtigen Höhepunkt jetzt wohl ihre Karriere beendet. Denn Mieke Kröger und Lisa Brennauer, die standen sich auch noch im Finale der 3000 Meter einer Verfolgung gegenüber. Dort gewinnt Mieke Kröger vor Lisa Brennauer. Ja, Lisa Brennauer war ja auch Weltmeisterin. Also Europameistertitel, Weltmeistertitel ist jetzt Olympiasieger. Also die Mädels rasen richtig schnell rum und überzeugen und erfreuen uns immer wieder. Aber auch die Herren waren richtig stark und dort hat der junge Nikolaus Heinrich, ich muss ehrlich gestehen, Namen vorher noch nicht gehört, der hat überraschenderweise die Einzelverfolgung über 4000 Meter gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Und Emma Hinze, die Sprinterin aus Cottbus, die war auch super erfolgreich, nicht nur im Teamsprint, sondern auch im 500 Meter Einzelzeitfahren, hat sie dort den Europameistertitel geholt. Ja, nicht schlecht. Außerdem wird Moritz Malcharek Zweiter im Scratch. Und Theo Reinhardt, der wird auch Zweiter hinter Elia Veviani im Ausscheidungsfahren. Also da auf jeden Fall auch erfolgreiche Podiumsplatzierungen für unsere Sportler bei der Europameisterschaft. Und mit der machen wir auch gleich weiter, und zwar mit dem Straßenrennen der Männer. Darüber hatten wir ja gerade eben schon kurz gesprochen. Deswegen würde ich sagen, kurz und knackig, die Ergebnisse. Es gewinnt der Niederländer Fabio Jakobsen vom Franzosen Arno Demar und dem Belgier Tim Meillet. Ja, aus deutschsprachiger Sicht hatten wir einen Schweizer und Österreicher mit Pöstelberger in Dillier in der Spitzengruppe, die das Rennen ein bisschen animiert haben. Im Sprint war, glaube ich, der Beste dann Phil Bauhaus auf Platz 18. Also leider nicht so erfolgreich. Aber wir haben ja auch noch Chancen bei den Damen diese Woche. Das Frauenrennen findet statt. Und auch im Zeitfahren in Fürstenfeldbruck, wenn ich mich recht erinnere, finden noch die Europameisterschaften statt. Also vielleicht regnet es da noch ein paar Medaillen. Geregnet, da hat es in Norwegen. Auf jeden Fall, wir aus Kübeln, wenn es hier bei uns ja ziemlich trocken ist, sind die Jungs bei der Tour of Norway auf jeden Fall viel im Regen unterwegs gewesen. Am Ende schnappt sich da tatsächlich ein Norweger den Gesamtsieg bei seiner Heimrumfahrt. Andreas Lecklesund vom Team DSM. Der gewinnt ja die Gesamtwertung nach einer ziemlich spannenden und abwechslungsreichen Rundfahrt, kann man sagen. Ja, und normalerweise gab es ja immer für die Bergwertung 500 Kilogramm Lachs. Der Sponsor hat gewechselt. Jetzt gibt es 400 Liter Bier. Auch nicht schlecht. Ja, da haben sie auf jeden Fall mit den großen Stückzahlen, haben sie es da auf jeden Fall in Norwegen, kann man sagen. Vielleicht war das bei der Tour of Scandinavia ähnlich. Und wir müssen da mal unsere Kontaktfrau... Da wurde Fanta getrunken. Ja, da wurde Fanta getrunken. Da müssen wir unsere Kontaktfrau anrufen. Liane Lippert, die ist nämlich Zweite in der Gesamtwertung. Hinter Cecile Utro-Blutrich gewonnen. Die dänische Meisterin, die hat sich nämlich da die Gesamtwertung geschnappt. Überragende Frau der Rundfahrt, für mich trotzdem Marianne Wosz, die gefühlt 12 Etappen gewonnen hat. Das war auf jeden Fall richtig stark. Sie gewinnt die erste, zweite, die dritte und die letzte Etappe. Kann man mal machen. Goat. Ja. Einfach nur Goat. Für 50 Euro im Jahr habt ihr das beste Abonnement, was der Radsport zu bieten hat. Und zwar ein GCN Plus Abonnement. Und dabei habt ihr auch wieder diese Woche eine Menge Radrennen im Petto. Allen vor allem, allen voran die Europameisterschaften in München mit dem Straßenrennen der Frauen und dem Zeitfahren vom 11. bis 21. August läuft die ganze Veranstaltung noch. Bahnradsport findet, glaube ich, auch noch ein bisschen statt. Da gibt es auf jeden Fall noch einige Rennen zum Weggucken. Weggucken kann man ebenfalls die Tour auf Dänemark, also die Dänemark-Rundfahrt vom 16. bis zum 20. August. Die Tour de Limousin in Frankreich vom 16. bis zum 19. August. Dann haben wir natürlich noch die Lavenie, also die Tour de France der U23. Da sind die letzten beiden Etappen, die werden live übertragen. Vom 18. bis zum 28. August geht das über insgesamt zehn Etappen. Und dann beginnt La Vuelta am 19. also jetzt am Freitag geht es los mit dem Mannschaftszeitfahren. Und dann haben wir noch die Bema Side Classic, also das Radrennen in Hamburg. Das ist auf jeden Fall auch mein Highlight in der DACH-Region. Und die findet statt am 21. August. Und ansonsten haben wir noch eine schöne Doku, gell? Ja, von deinem Namensvetter Tom Ritchie. Der ist ungefähr so technikaffin wie ich. Ja, der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Der stellt nämlich ganz coole Komponenten her fürs Rad, und zwar Lenker und Vorbauten. Da wird ja vielen wahrscheinlich der Name Ritchie ein Begriff sein, nicht nur hier bei GCN auf Deutsch. Und über den haben wir eine Doku verfilmt, verfügbar auch in deutschen Untertiteln, wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist. Und ja, eine gute Abwechslung neben dem ganzen Radrennen. Ich habe tatsächlich früher mir extra Anbauteile von Ritchie gekauft, weil ich es cool fand. Ja, ich habe mal gehört, weil die so eine Weltmeisterfahne, dass man da Strafen vom BDR bekommen hat, weil man ein Weltmeisterlogo auf seinem Rad hatte, am Vorbau, und dann musste man Strafe zahlen. Oder man musste es abkleben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Für diese Woche habe ich einen Spiegelartikel von unserem Kollegen, eine Sekunde, Stefan Weigel, mitgebracht. Der ist nämlich Auto beim Spiegel und der fährt seit der Corona-Pandemie das eine oder andere Mal mit dem Radl zur Arbeit. Sehr schöner Weg, wie er sagt. Und hat da aber seine Erfahrungen mal so ein bisschen niedergeschrieben, warum er nicht so gerne mit dem Fahrrad fährt. Ist ziemlich witzig geschrieben, der Artikel, sollte man sich definitiv mal durchlesen. Kurz und knapp zusammengefasst geht es darum, dass vor allem ihm die Gesetzlosigkeit auf den Radwegen so ein bisschen auf die Nerven geht und ihn nicht so richtig versteht, wie er sich an der Ampel verhalten soll. Weil irgendwie, wenn er anhält, stellen sich immer alle an der Ampel vor ihm, ob das jetzt Rennradfahrer in Funktionskleidung sind, ob das Mütter oder Väter in Lastenrädern sind, ob das junge Leute sind, ob das alte Leute sind. Also alle überholen ihn eigentlich und er ist halt einfach so ein bisschen überfordert. Und macht einen ganz witzigen Vergleich, wie ich finde. Wenn er mit seinem Auto an der roten Ampel steht, stellt er sich dann so vor, wie der Tesla-Fahrer von links kommt, weil er fährt halt einen Tesla von rechts SUV, links der Papa, der sein Kind irgendwie dann in die Kita bringen muss. Über den Bürgersteig fährt noch ein DHL-Konierfahrzeug. Richtig, richtig. Und ich frage mich einfach, woran das liegt, weil es ist ja wirklich so, also Radwege sind eigentlich gesetzlos. Ja, gehe ich ein bisschen mit. Also um da vielleicht Ordnung reinzubringen, müsste man einen Fahrradführerschein machen. Ich bin mir ziemlich sicher, den haben nicht viele bestanden in der Grundschule. und dass das nicht so wirklich sich durchsetzen würde. Ja, schwierige Sache. Alle mit Kennzeichen ausstatten. Keine Ahnung. Ich sage halt immer an der Ampel, ja. Bei mir ist es tagesformabhängig. Heute sind wir relativ entspannt. Wir hatten Rückenwind, also waren wir gut in der Zeit. Da habe ich dann auch mal den Benkheim-Anzug vorgelassen an der Ampel. Oh, das ist ja sehr gütig von dir. Ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich bin ein bisschen ertappt. Also ich glaube, ich fahre auch teilweise echt nicht so geil wahrscheinlich, wenn man das mal ein bisschen selbst reflektiert. Für mich fühlt es sich immer gut an, aber er hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, der Artikel. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe ihn heute einfach mal mit. Die Kommentare waren auch diese Woche oder in der vergangenen Woche voll von euch mit Anregungen oder eurer Meinung unter unseren Videos. Und zu den Rücktritten hat noch jemand einen guten Einfall gehabt, und zwar Gerald Ziolek, der Sieger von Mainland Sanremo. Der hat auch ziemlich früh seine Karriere beendet. Im 2016 hat er kein Team mehr gefunden und hat gerade mal mit 30 Jahren seine Karriere beenden. Ich glaube, der ist mit 19 Deutscher Meister auf der Straße geworden. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn da gab es noch einen weiteren sehr interessanten Kommentar zu. Und zwar von jemandem, der prophezeit hat, dass eben heute die Fahrer ihre Karrieren viel früher beenden werden, weil sie eben so jung anfangen. Ein Fahrer wie Iwene Puhl, der eben ab 18 dann direkt zum Beispiel Profi geworden ist. Ja, die seien wohl viel schneller sowohl physisch als auch psychisch verbraucht. Und er kann sich dann vorstellen, dass da eben dann die Karrieren früher beendet werden. Ich habe dann im ersten Moment gedacht, ja klar, hat er echt einen Punkt und das kann natürlich auch sein. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch das Argument, dass heute einfach viel weniger trainiert und viel weniger Rennen gefahren werden. Ich meine, Erik Zabel, der ist irgendwie früher 45.000 Kilometer im Jahr gefahren. Heute wird damit viel mehr Auge trainiert und auch pausiert. Was ist deine Meinung? Mir ist jetzt spontan noch eine unpopuläre Meinung eingefallen. Die Jungs werden ja immer früher Profi und in der Hoffnung, dass sie langfristig für ein Team fahren und sich dort bestens entwickeln, unterschreiben die gut datierte langfristige Verträge und mit 28, 30 haben die einfach ausgesorgt. Die haben schon genug Geld verdient und können dann aufhören. Das wäre natürlich eine sehr traurige Sicht auf den Profiradsport nach dem Motto volles kontroliere Beine. Also man fährt nur noch wegen des Geldaspektes. Das wird bestimmt auf den einen oder anderen, die ein oder andere zutreffen, aber hoffentlich nicht auf alle. Das Bild von Cecile Utrecht-Blutweg auf dem Boden liegen mit der Fanta hat kommentiert. Christian und der gewinnt in dieser Woche die GCN-Elite-Trinkflasche mit dem Kommentar Ich, wenn ich nach der GCN-Show etwas übermotiviert meine Trainingsanheit absolviert habe. Das freut uns natürlich. Nächste Trainingsanheit dann mit GCN-Flasche. Und auch diese Woche hast du diesmal echt ein Wunder... Gold. Ja, Insta... Nee, Getty Images Gold gefunden. Und zwar ein Foto von der Frau von Erik Zabel, Cordula Zabel, mit dem kleinen Rick rechts im Bild und einem Poster mit grünem Trikot und Erik Zabel vorne drauf. Ich finde vor allem die Frisur sehr geil, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Instagram-Follower hatte der Rick da schon? Weiß ich nicht. Also es werden auf jeden Fall noch nicht so viele gewesen sein wie heute. Aber er sieht auf jeden Fall sehr amüsiert aus. Und ich fand es einfach klasse, dass der Rick einfach schon so lange im Radsport mit dabei ist. Und deswegen war das in dieser Woche mein Foto. Und ich bin gespannt auf eure... Torero Cordula fällt mir jetzt ein. Torero? Ich habe Drippy Ricky, habe ich mir aufgeschrieben. Vielleicht passt das ja auch. Was steht in dieser Woche auf dem GCN-Showprogramm? Erstmal am Donnerstag sechs Sachen, die wir vom Radfahren fürs Leben mitgenommen haben. Da wird richtig was gelernt. Und am Samstag gibt es dann ein brandneues Pro-Bike, das neue Canyon Ultimate CF SLX von Gregor Mühlberger. Feines Teil. Sehr feines Teil. Sieht richtig schick aus. Vielleicht kriegen wir ja unsere Touch-Finger auch mal da dran. Vielleicht am Montag kann ich es dann direkt auch putzen. Wir haben aber Sonntag noch ein sehr interessantes Video für alle Radsportlerinnen. Und zwar hast du dir die Frage gestellt, ob Frauen wirklich spezielle Rahmen brauchen, weil der Körper unterschiedlich ist. Die Eigenschaften Armlänge, Oberkörperlänge. Und da hast du dich auch mit der Firma Canyon zusammengetan und das mal ausgekundschaftet. Und das Video gibt es am Sonntag. Und Montag zeige ich euch dann endlich mal, wie ich ein Rad ordentlich putze und wie das immer schön sauber wird. Das ist super, kann ich nur bestätigen. Ja, dann würde ich sagen, war es das in dieser Woche mit der GCN-Show. War auf jeden Fall lange mit der Buell der Vorschau. Und deswegen binden wir das Ganze jetzt kurz und knackig ab. Hasta luego. Tschö.